Die WM-Agenda 2010. Aber die WM ist ja der Sexkiller Nummer 1. Aber nicht, weil Männer den ganzen Tag Fußball kicken, ne. Weil die Frauen mittlerweile im Trikot neben uns sitzen. Boah. Das gibt's nur alle 4 Jahre. Die WM-Sonderfinanzierung. 0% Zinsen. Laufzeit bis zur EM 2012. 0% 24. Super niedrige Raten. Das ist mein WM-Laden. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd.